Musik Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Walder, dem Professor für Dogmatik an der Hochschule Bündigte 16. am Stift Heidigenkreuz, der aber als Nationaldirektor der Päpschen Missionswerke gerade in Rom ist, deshalb bei ihm ein ganz anderer Hintergrund heute. Pater Karl, schön, dass du dir Zeit nimmst zwischen Vorträgen, Konferenzen und Gottesdiensten sicher auch. Pater Karl, uns erreichen immer wieder Zuschriften, die den Eindruck erwecken, dass der Herr schläft im Schifflein Petri und dass irgendwie alles den Bach runtergeht. Ich bringe jetzt mal so eine Zuschrift zum Einstieg in diese Stunde der Seelsorge, die aber für viele Zuschriften steht, die Ähnliches formulieren. Und zwar, das beginnt mit der Frage, was bedeutet Evangelisierung? Das soll dann auch unser Thema sein in dieser Stunde der Seelsorge. Ich finde, der katholische Glaube gleicht sich immer mehr dem evangelischen Glauben an. Im Monat Mai immer weniger Maiandachten in den einzelnen Pfarreien, in manchen gar keine mehr. In einem kürzlichen Bildungshaus nach der Renovierung der Kapelle, keine Gottesmutterfigur mehr, ein Kreuz ohne Jesus, nur zwei gleich lange Holzstücke, keine christlichen Bilder, nur moderne, wo man nicht weiß, was es sein soll, Besinnungstage, welche mit dem Glauben nichts zu tun haben, zum Beispiel Kinoexerzitzen. Habe ich auch noch nie gehört, was es ist. Es gibt fast keine Beichgelegenheiten mehr, abgelöst, durch eine Bußandacht von Laien durchgeführt. Dann noch der Wunsch, Priester sollten heiraten. Es steht doch geschrieben, niemand kann zwei Herren dienen. Jesus, seine Jünger haben ihre Frauen verlassen, sind ihm gefolgt, haben sogar ihr Leben hingegeben. Ein Spruchband an einer katholischen Kirche, hier werden Schwule und Lesben gesegnet in einer anderen Kirche. Hier gibt es viermal im Jahr einen Tiersegnungsgottesdienst. Da darf man die Tiere mit in die Kirche bringen, wo das Allerheiligste ist. Draußen ja, aber nicht drinnen. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle. Jesus hat sie hinausgetrieben. Jetzt ist wohl alles erlaubt. Kann denn jeder Pfarrer in seiner Pfarrei machen, was er will? Weil, da müsste doch meiner Meinung nach ein Bischof reinfunken. Das grüßt sie freundlich, bumm, bumm, bumm. Ja, also das war jetzt ein ganzer Katalog. Und ich glaube, jeder und jeder von uns könnte den Katalog eben jetzt der Missstände und dessen, was schief geht, gerade in der Kirche also noch fortsetzen. Ich würde mir grundsätzlich als Tipp geben, bitte tut es euch wegen dieser Sachen nicht, oh weh. Ja, also es gibt einen bayerischen Studenten, der in Heiligenwald studiert hat, den ich schon oft zitiert habe, weil er auch den Nachnamen Wallner hat, so wie ich, der Goethe hat, und der hat mir dieses bayerische Wort beigebracht. Tu dir nicht, oh weh. Man zieht sich nämlich durch sowas, wenn man nur auf das Negative schaut, selber runter. Ich muss aber gestehen, es gibt wirklich viel Negatives. Ich komme aus diesem wunderbaren Biotop Heiligenkreuz. Wir sind von, wie ich eingetreten bin, waren wir 42, jetzt sind wir 107. Hochschule ist von 62 auf 340 Studenten gewachsen. Und warum? Weil wir all das nicht machen, was da gerade aufgezählt worden ist, sondern weil wir normal katholisch sind. Normal katholisch sind. So wie es im Katechismus steht, so wie es über Jahrhunderte geglaubt worden ist. Wir beten das Chorgebet. So wie es vor 900 Jahren wieder gegründet worden ist, gebetet worden ist und so weiter. Also normal bedeutet auch fruchtbar, nämlich wenn wir das tun, was Jesus uns sagt. Das andere, tu dir nicht, aber da muss ich einfach auch was ganz Ernstes dazu sagen. Das steht im Buch Jesaja, da sagt eben Gott zu Jesaja, zum Propheten Jesaja, weil Israel untreu ist, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und Jesus hat das Wort, lass die Toten ihre Toten begraben. Und diese ganzen Missstände, was die einfach bringen, es bringt keine Zukunft. Also diese ganzen Sachen kommen nicht in die Zukunft. Und ich bin mittlerweile schon alt genug, dass ich sagen kann, alles, was zum Beispiel uns Heiligenkreuz in den 70er, 80ern kritisiert hat, das Erz konservativ hingestellt hat, das ist alles weg. Ja, Heiligenkreuz lebt und ist lebendig. Und ich könnte es von vielen anderen Bewegungen, Orten und Gemeinschaften sagen, die in den 80er Jahren bekämpft worden sind mit einer Heftigkeit. Ja, und genau da, das, was bekämpft worden ist, weil es so normal katholisch war, ist jetzt das, was die Kirche trägt. Und das andere hat keine Zukunft. Also in gewisser Weise ist Liberalismus, das ist ein Fruchtbarkeitshämmer. Da gibt es keine Zukunft. Und deshalb muss man sich mit dem auch gar nicht so viel, natürlich tut es weh, wenn man so komische Sachen macht. Aber entschuldigen, unser Heiland hat ja die Kirche nicht das LGBTQ-Bewegung in die Welt gesetzt. Und wenn wir Gleichberechtigung und Respekt für alle wollen, ist das was anderes, als was man unter dem Vorzeichen der Regenbogenfahne jetzt eben einfordert. Weil das ist die völlige Auflösung der Naturordnung. Also, da gibt es so viele Themen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es glücklich erwischt. Ja, ich bin in Heiligenkreuzdorf, die die Hochschule leiten. Und wir haben immer nur das geschaut, wie können wir unseren Studenten ein gutes Studium ermöglichen und so weiter. Nicht gegen das Ganze, was in der Kirche schief geht, kämpfen, sondern einfach schauen, dass die Guten wachsen können im Guten. Und auch wenn du rechtglaubig bist, hast du immer noch genug Möglichkeiten, des Versuchtwerdens und des Sündigens. Dann bist du immer noch ausgesetzt versuchen. Also wir haben geschaut, dass wir gute Priester ausbilden und das tun wir weiter. Und jetzt schaue ich, wenn ich das höre, macht es mir das Herz schwer. Aber ich schaue, dass ich mich gar nicht belaste damit, dass ich mich nicht obitue mit dem. Ja, sondern dass ich schaue, wo kann ich helfen, wo kann ich schauen, wo kann ich Lebendiges in der Kirche fördern, wo wechselt was, wo kann ich das jetzt eben verstärken, das Gute, wo kann ich der Weltmission jetzt eben helfen und so weiter und so fort. Also ich würde das als Rat geben noch einmal. Und schaue, dass du dort andockst, wo etwas lebt, wenn ein Pfarrer nicht funktioniert, du kannst mit dem Auto woanders hinfahren. Es gibt Personalpfarrer, da gibt es keine kirchenrechtlichen Regelungen und so weiter. Also viele Möglichkeiten, dass man das Gute verstärkt und dass man das Falsche in Frieden sterben will. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Herr Pater Karl, ich war Mitglied in der im Jahr 1966 gegründeten Bekenntnisbewegung, die sich nicht zuletzt aufgrund der Altersstruktur ihrer Mitglieder zum Erschrecken vieler aufgelöst hat. Wir haben neulich Stunden der Seelsorge geschaut, woraufhin der gute Freund sagte, wir müssen demnächst noch mehr auf die katholischen Schwestern und Brüder zugehen, denn überall im christlichen Bereich gibt es Abbrüche und Zusammenbrüche. Vielleicht haben Sie, Pfarrer Rimmel und Pater Karl, bei diesem Abbauprozess noch ein paar Ideen für einen Neuanfang in deutschen Landen, mit Freunden in Größen, Punkt, Punkt, Punkt. Diese Zuschrift ist gekürzt. Ja, also wir müssen überhaupt das Getaufte, wir müssen mehr Bündnisse schließen in der Begeisterung für Jesus und zwar auch überkonfessionell, wenn ich das sagen darf. Also ich finde bei den Freikirchen, auch wenn die die Sakramente ablehnen und oft grausliche Dinge über Marienverehrung und so weiter jetzt eben haben, aber es ist eine grundsätzliche Begeisterung für Jesus, da eine Unerschrockenheit, ein Mut eben jetzt zur Mission, der uns wieder fehlt. Und ich merke, dass da eh vieles jetzt eben zusammenrückt, auch wo man durch Konfessionen jetzt eben getrennt ist. Wir brauchen auch neue Allianzen eben jetzt des Guten und je mehr wir, glaube ich, auf Jesus schauen, Jesus, unser Herr, unser Erlöser, unser Retter, um den es in der Kirche ja einzig geht, durch alle Sakramente, eine Erstkommunion für alles, nicht da wegen der schönen Gewänder, sondern weil der Erlöser Jesus Christus diesen jungen Menschen beschenken möchte mit seiner Gemeinschaft. Es geht immer um Jesus, es geht immer um unser ewiges Heil, dass er allein uns gewirkt hat. Wenn wir zu Maria beten, dann ist das keine Abweichung, sondern was er sagt, das tut, sie führt uns tiefer zu Jesus hin. Also es sind alles diese Dinge, wo wir Allianzen jetzt eben brauchen, über die Konfessionen hinaus, die die Zukunft jetzt eben, es geht wirklich um die Existenz des christlichen Glaubens mittlerweile, also die, die Zukunft wollen, ja, und zwar in dem Sinn, Zukunft, sagt der Johannes Hartl, kann ja nur dort sein, wo Menschen an Christus glauben. Das erste Geschäft der Kirche, wozu er uns in die Welt geschickt hat, ist, dass wir an ihn glauben, dass wir die Menschen zu Jesus bringen, dass wir sie zum Glauben bringen. Wenn wir dieses Ziel nicht vor Augen haben, dann ist alles unser Getue nur ein Getue und nicht eben das, was Christus von seiner Kirche möchte. Und da müssen wir schauen, da gibt es verschiedene Allianzen, die eben möglich sind und die müssen wir verstärken, als Getaufte, als Getaufte. Eine Zuschrift aus Italien, lieber Bruder Karl, ich glaube, der Mangel an Berufungen kommt auch von einem kompletten Fehlen eines Hungers nach unserem Herrn. Ich bin seit 17 Jahren Katechistin in Italien. Nach der Vorbereitung auf die Heilige Kommunion kamen von meinen zwölf Kommunionkindern am Sonntag darauf noch acht zur Messe. Zwei Sonntage später keins mehr. Ich bin verzweifelt. Wie kann man die Menschen noch erreichen? 90 Prozent und mehr kommen nicht zur Kirche, haben keinen Gottesbezug mehr. Wie ist Mission heute überhaupt noch möglich? Wir sind in einer Gotteskrise. Also es ist nicht einfach eine Kirchenkrise, sondern Gott hat keine Bedeutung mehr. In einer Welt, wo der Juwal Harari jetzt eben Abermillionen von Büchern verkauft mit dem Titel Homo Deus, also der Mensch ist Gott. Wir brauchen Gott einfach nicht mehr. Und ich muss dazu sagen, also es ist ja sensationell, wenn von 13 Erstkommunionkindern dann acht noch am nächsten Sonntag kommt. Im Normalfall kommt ja niemand mehr. Das ist ja auch eine große Anfrage an die Pastoral der Kirche. Nicht, also ob wir nicht bloß jetzt eben, wie soll ich sagen, Kultfeiern machen, aber der Inhalt dieser Kultfeiern, also die Beziehung zu Jesus, die beginnt nicht wirklich zu leben. Und das ist unser Hauptgeschäft. Ich sage es nochmal so ein bisschen ökonomisch und brutal. Unser Hauptgeschäft, warum Jesus diese Institution Kirche wollte, diese Gemeinschaft, die seinen Namen Kyrios, Kirche trägt. Er, wir sind die Gemeinschaft, durch die der Herr selbst, ist, dass wir die Menschen mit ihm verbinden, durch den Glauben. Ich würde dieser Kathedin aber auch sagen, dass sie sicherlich ein wunderbares Fundament gelegt hat. Wir Menschen haben unsere Lebensbasen, die Kinder haben sich entfernt, das haben wir ja gerade gehört in dieser Zuschrift, aber viele kommen ja dann auch wieder zurück. in irgendwelchen Lebenskrisen oder auch aus Anlass von Beerdigungen oder Hochzeiten und Taufen und so weiter und können sich auf das besinnen, was diese Kathedin als Fundament auch gelegt hat. Und ich möchte schon nochmal erinnern, wir haben eine Sendung gemacht hier über Boom und Tauf, Rekord in Frankreich. Man hat die jungen Leute gefragt, warum sie sich an die katholische Kirche wieder gewandt haben, es waren ja viele junge Leute dabei, warum sie sich haben taufen lassen. Und ich würde das alles nicht so negativ sehen, sondern viele haben gesagt, es waren die Glaubenszeugnisse, die sie im Internet gehört haben, die sie dazu bewegt haben, sich auch für Christus, für den Glauben zu interessieren und sich dann auch taufen zu lassen. Oder auch die Schönheit der Liturgie oder die beruhigende Stille in einer Kirche. Oder wir können es nicht oft genug erwähnen, auch das Zeugnis der Großeltern, das sie bewegt hat, weil sie gespürt haben, uns fehlt was im Leben. Genau. Also Thomas, wenn ich so Negatives sage, dann nie deshalb, weil ich selber negativ gestimmt bin. Ich bin absolut katholisch und der Herr sagt selbst, diese Kirche wird nie untergehen. Wir sind indefektibel. Das ist Dogma. Erstes Vatikanisches Konzil. Also die Kirche kann nicht zerstört werden. Also sie ist eben jetzt wirklich eine Schöpfung, die Gott in diese Welt geschickt hat. Aber sie kann natürlich an ihren Gliedern korrumpiert werden. Und wenn ich dann so negativ bin, dann nicht deshalb, weil ich selber negativ bin, sondern um euch zu ermutigen, ihr müsst was tun. Weil das ist ja, Entschuldigung, das ist ja das Problem. Wir tun in unserem Fahren, erst kommen und ich bin ja Firmenspender. Ich firme jetzt wieder am Samstag. Ich erlebe das immer gleich. Also ich komme dorthin, toll, schöne Firmung, die sind auch offen. Die jungen Leute, die sich heute firmen lassen, müssen sich schon entscheiden dafür, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, dass sie zur Firmung gehen. Und dann die tollen Firmhelferinnen, Firmenbegleiterinnen, die es gibt. Und dann frage ich immer, wie geht es jetzt weiter? Und dann kriege ich oft das Antwort, na, wir sind jetzt erschöpft und wir müssen uns schon wieder auf die nächste Firmenvorbereitung im Herbst einstellen. Also da läuft strukturell nach einiges jetzt eben nicht, dass man nicht sieht, dass das eigentliche Produkt, ich spreche wieder ökonomisch, sein müsste, dass jemand wirklich in eine dauerhafte, persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Erlöser und Retter, reinkommt. Und da geht es nicht um Quantität, es geht um Qualität. Unser Heiland, Jesus Christus, hat drei Jahre verstreichen lassen, nach seiner Taufe im Jordan, wo schon der Heilige Geist über im Manifest war, hat sich drei Jahre, drei Jahre hat er sich mit zwölf Fischern abgegeben, wo dann die meisten davongelaufen sind, einer hat ihn verraten, der Petrus hat auch ihn verleugnet und so weiter. Er hat drei Jahre spendiert eben jetzt in diese zwölf Apostel, um die jetzt eben in eine persönliche Beziehung zu sich zu bringen, damit sie dann jetzt eben Kirche bilden. Und das, glaube ich, ist unsere Aufgabe, dass wir ein bisschen auch unsere Pastoral nachjustieren, dass wir schauen, oder ich möchte es mit anderen Worten sagen, lieber Priester, liebe Pastoralassistentin, die du jetzt zuschauenst, liebe Religionslehrerin, die du im Glauben brennst, jeder Einzelne, der wirklich qualitativ in eine Beziehung zu Jesus Christus kommt, ist heute unendlich wertvoll und ist jede Investition an Zeit und Mühe jetzt eben wert. Pater Karl, das ist negativ, habe ich jetzt nicht in Bezug auf deine Äußerung gemeint, sondern in Bezug auf diese Zuschriften, die sind ja jetzt durchweg, als ob wir nur ein Abhochunternehmen sind, aber ich bin genau bei dir. Diese Katechitin hat uns die Frage gestellt, wie ist Mission heute überhaupt noch möglich? Ich meine, es ist ganz einfach möglich, wie Mutter Teresa es gesagt hat, das ist das, was du jetzt eben auch gerade formuliert hast, hört das Wort Gottes, kämmt das Wort Gottes, liebt das Wort Gottes, liebt das Wort Gottes und dann werdet ihr automatisch vom Glauben Zeugnis abgeben und evangelisieren. So einfach ist es auch heute möglich und so war es auch immer, Pater Karl. Na und das hat ja der, der Papst uns immer wieder, das ist genau das Thema, dass der Papst, Evangelii Gaudium, oder es gibt den Spruch, den habe ich schon, als junger Priester habe ich den dauernd zitiert, den habe ich in meinem Sprüchebuch gelernt, mit einem Tropfen Honig fängst du mehr fliegen, als mit einem ganzen Fass Essig. Ja, also dass wir aus dieser negativen Schiene wegkommen, jetzt eben, ein Tropfen Honig, also Freude ausstrahlen, Freude über den Glauben, nicht aufgeben, wenn die Enkelkinder vom Glauben weg sind, ihnen mit Freude zeigen, wie wichtig es euch ist, in die Kirche zu gehen, zu beten und so weiter. Zeugnis geben mit Freude, ja, nicht mit, nicht mit Anordnungen, nicht mit einem Du musst und nicht mit einer permanenten Kritik und warum gehst du nicht zu, mit Freude, Freude, Zeugnis geben, mir bedeutet Gott so viel, die Heilige Messe ist für mich so wichtig. Also das müssten wir diese, in diese Stimmungslisten wir hineinfinden, aber ich kann es natürlich verstehen, dass viele frustriert sind, aber wir müssen uns, wir müssen aufpassen, dass unser Frust uns über all das, was heute nicht gut geht, dass uns der nicht runterzieht, dass wir uns eben nicht in ein Fass Essig verwandeln, sondern vielmehr jeder und jeder von uns, der dazuschaut, soll sich bemühen, ein Tropfen Honig zu werden, um dann eben den Menschen guten Geschmack vom Glauben zu geben. Wie ist Mission heute überhaupt noch möglich? Ich persönlich bin der Überzeugung, die Kirche hat drei Grunddienste, das ist die Liturgie, das ist die Verkündigung und das ist die Caritas. Und die Problematik, die wir heute in der Kirche haben, ist, dass diese Dinge sind so delegiert an die Hauptamtliegen. Da gibt es sogar einen ganzen Riesenverein, der heißt Caritas, alles gut, ich möchte daran überhaupt nichts kritisieren, das ist wichtig und recht. Aber, die Erneuerung der Kirche wird meiner Meinung nach auch in dem Maße stattfinden, wie jeder Einzelne sich mit diesen drei Grunddiensten identifiziert und sie leben. Jeder Heilige, egal wer es war, das war ein Beter, das war eine Betere. Liturgie ohne Gebet geht es gar nicht. Das Zweite ist auch Verkünden, im Petrusbrief heißt es, 1 Petrus 3, irgendwas, 3,15, glaube ich, gebe jedem Rede und Antwort über die Hoffnung, die dich erfüllt, wenn du nicht gefragt, wenn du gefragt wirst, einfach auch den Glauben so leben, dass er attraktiv wird. Das passierte gerade bei euch in Rom, das sagte der Papst euch, die Kirche muss attraktiv sein, dann zieht es die Leute an und auch irgendwo die Nächstenliebe leben, sich um irgendeinen Menschen kümmern, der irgendwo am Rand ist und oft ist es der Nachbar und wenn das in Liebe getan wird, dann ist es bereits Evangelisierung und ich bin der Überzeugung, auch das ist ein Weg, wie heute Mission stattfindet. Also ich möchte dazu ein Beispiel einfach erzählen, das ist schon 6, 7 Jahre her, aber ich hatte einen jungen Moslem, ein Türke, und der hat sich wirklich total für den Glauben interessiert, ist sogar um 5 Uhr in der Früh zum Korrgebet zu uns gekommen, nach Heiligenkreuz und dann hat er begonnen zu suchen und er hat gesagt, ich muss mir alles anschauen und er ist in Wien dann in verschiedene Gottesdienste gegangen, sogar zu den SIGS, er war in der Synagoge und dann in verschiedenen evangelischen Gottesdiensten, katholischen Gottesdiensten und dann ist er gekommen und hat gesagt, Pater Karl, also dort hat es mir am besten gefallen und er hat eine Pfarrgemeinde genannt und hat gesagt, nein, was war das? Ja, die Messe war so schön oder diese Feier war so schön und die Musik war so schön und so weiter. Ja, und was hat dir noch gefallen? Dann hat er gesagt, ja, das Beste war, nachher sind die Leute auf mich zugekommen und haben mich zum Essen eingeladen, ja, weil nachher hat es ein Pfarrkaffee gegeben und er hat mir erzählt, in anderen Gemeinden ist ihm das nicht so gegangen, dass er nicht mag. Also es gehört beides zusammen, die Schönheit des Gottesdienstes, das Orientiertsein auf Gott, aber dann auch jetzt, wie soll ich sagen, liebend offen jetzt nicht auf die Leute zugehen. Wenn sowas in unseren Pfarrgemeinden geschehen würde, und das kann man nicht delegieren an den Pfarrer, ja, also die Leute spüren das, ob da, wenn da ein Fremder kommt oder ob da eine Gemeinde sich freut, wenn der kommt, das sollen, alle sollen die anstrahlen, ja, und, also das spürt man einfach, ob man willkommen ist und wenn die Leute spüren, hier bin ich willkommen, hier darf ich kommen, hier fühle ich mich wohl, also dann werden sie auch kommen. Wir haben eine Sendung gemacht, die hieß, warum ist Jesus gestorben und haben dann in dieser Sendung die Frage gestellt an die Leute, was bedeutet die Botschaft des Kreuzes für sie persönlich und wir haben jetzt eine Antwort bekommen, die passt sehr gut hierher, in vier Worten auf den Punkt gebracht, ganz persönlich, Jesus starb für mich, Jesus starb für mich. Wenn das aus Gnaden vom Kopf ins Herz rutscht, dann geht auch der Mund über. Evangelisation, Mission, Liebe, Gruß, Punkt, Punkt, Punkt. So einfach ist es. Also das berührt mich sehr, weil diese Formulierung erinnert an Galater 2,20, das ist mein Lieblingswort des heiligen Paulus. Paulus konnte ja sehr scharf sein, also der konnte wirklich, also der konnte in Wut geraten, wenn die Leute sich abgewendet haben von Jesus und wieder dem jüdischen Gesetz zugewendet haben. Das macht auch im Galater Brief das ist sehr, sehr scharf und dann steht dort dieser Satz, nun aber lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geniebt und sich für mich hingegeben hat. Da wird er plötzlich ganz persönlich, ja der große Lehrer, sonst lässt er nicht so reinschauen in seine persönliche Intimität mit Jesus. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt, mich, mich geliebt und sich für mich hingegeben hat, das heißt für mich gestorben hat. Also der Satz erinnert mich sehr an das, wenn wir das realisiert haben, ja und wenn wir in diesem Glauben leben, dann werden wir ja automatisch Magneten werden, wo uns die Leute fragen werden, ja, also dürfen wir bei dir andocken, warum bist du so gelassen, warum hältst du das so aus in der Firma und so weiter, wo nimmst du die innere Kraft her, weil ich im Glauben an den Sohn Gottes lebe, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Dann noch eine Zuschrift, die auf deine Tätigkeit eingeht, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl Wallner, seit mehr als zwei Jahren schaue ich die Beiträge von KTV im Fernsehen an. Ich schätze diesen Sender sehr und möchte an dieser Stelle ein großes Lob und Vergeltesgut an alle, die die Programm mit KTV gestalten, aussprechen. KTV ist einfach großartig und nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken. Ich feiere sehr häufig die Mittagsmesse mit und bin begeistert von der Stunde der Seelsorge. KTV hat viel in meinem Glaubensleben bewölkt. Ich schreibe Ihnen heute, weil ich gern mehr über die Aufgaben von Missio und Pater Karl als Nationaldirektor der Päpste Missionsberg in Österreich erfahren möchte. Zwei Fragen da dazu. Worauf liegt der Fokus bei Missio? Zweitens, welche Projekte liegen Pater Karl besonders am Herzen? Bitte machen Sie so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich bin hier in Rom, weil ich das hier verteile an meine Kollegen, auch wenn die wenigsten Deutsch können. Aber es ist uns gelungen. Wir haben ganz viele Aufgaben. Dort, wo uns Bischöfe, Ordensgemeinschaften, Schwestern bitten, derzeit im Südsudan oder in Madagaskar oder in Myanmar, wo die Kirche derzeit in einer furchtbaren Situation ist. Und dann versuchen wir, das zu organisieren durch Gebeten, durch Spende und zu helfen. Bitte lasst euch einfach diesen Folder schicken, der ist Missio-Folder. Oder auch der himmelblaue Folder, weil das hier himmelblau ist. Und da haben wir unsere Hauptaufgaben dargestellt, weil wir sind nicht nur Spenden sammeln, wir wirken selber missionarisch. Wir haben eine Gebetsbewegung. Gott kann. Seite 16, sage ich immer, ist die wichtige Seite, wo es um Gott kann geht. Also wir haben hier mal alles, auch über die Fernsehmesse steht da einiges drinnen, wie man den Sender einstellen kann. KTV steht auch drinnen. Also alles steht in diesem himmelblauen Missio-Folder von Missio Österreich. Lass sich den einfach schicken, weil ich müsste jetzt drei Stunden, Stunde oder zehn Stunden, Stunde der Seelsorge machen, mit dem Thomas, damit ich erklären könnte, was Missio Österreich alles versucht eben jetzt, um die Menschen zu Jesus zu führen. Pater Karl, dann eine Zuschrift, die ein Mitbruder an mich geschrieben hat, mit dem ich zusammen zum Priester geweiht wurde. Bin in Augsburg 1990, Ubert Mössmann. Er ist Missionar in Kenia, in Nordhoor. Und er schreibt, lieber Thomas, herzliche Grüße aus Kenia. Schon lange haben wir nichts mehr voneinander gehört, doch ich bin oft mit dir verbunden durch die Stunde der Seelsorge. Großes Kompliment für die Stunde der Seelsorge. Ich finde, du und Pater Karl sind ein tolles Team. Du siehst, selbst in Kenia sind wir mit dabei. Herzliche und liebe Grüße aus dem Norden Kenias, vom Nomadenstamm der Gabra. Euch alles Liebe und Gute und Gottes Segen, Ubert. Das ist doch eine Zuschrift, oder? Also wir sind auch im Norden Kenias in der Turkaner, sind wir auch mit vielen Hilfsprojekten. Da habe ich einen tollen Freund, einen Priester, den Vater Imo Basolz. Also ja, super. Also wir sind weltweit vernetzt und ich freue mich, dass auch du, Thomas, Missionare kennst. Pater Karl, wir sind drei, ich weiß nicht, ob noch alle drei dort sind. Einer heißt Hubert Mössmann, Anton Mahl heißt der andere und Hermann Renz. Ich weiß nicht, ob die alle noch dort sind. Aber euch sage ich, liebe Mitbrüder aus meiner Divizie Augsburg in Kenia, wenn ihr nach Deutschland kommt, bitte meldet euch. Wir machen ein Interview mit euch und fragen mal euch persönlich, wie es vor Ort ausschaut. Pater Karl, wir haben ja in dieser Sendung gesprochen, wie ist Mission heute überhaupt noch möglich? Kannst du am Ende nochmal so eine Zusammenfassung geben, eine Antwort auf diese Frage, die auch Hoffnung und Perspektive gibt? Zunächst einmal musst du selber wirklich bei Jesus andocken. Ja, du musst ihn bitten, dass er wirklich der Freund deines Lebens wird. Und wenn dein Herz erfüllt ist von dieser Freundschaft mit Jesus, geht alles ganz automatischer, denn das, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über und die Handlungen über, dann wirst du automatisch, wenn du in dieser Liebe mit Jesus bist, dann wirst du automatisch jemand werden, der anderen, der Ideen hat, der die richtigen Worte findet, der den Eifer hat, die Kreativität, wie der Papst sagt, um eben jetzt anderen auch diesen Horizont auf die Liebe Gottes zu öffnen. Und ich sage das noch einmal, weil ich es hier in Rome, der koreanische Nationaldirektor, der hat unseren Esel nachgemacht, unseren Mission Esel von Wien und hat ihn aber geschrumpft, also asiatisch geschrumpft. Du musst wie ein Esel sein, du musst wollen, Jesus in die Welt zu tragen, stur musst du sein, hartnäckig, ziehtstrebig, belastbar, kritisierbar, manchmal wirst du auch geschlagen werden, wenn du was für den lieben Gott tust, für Jesus tust, aber du musst ein Esel für Jesus sein, dann wirst du ein guter Missionar sein. Was ich vielleicht noch anfügen möchte, was Papst Franziskus da jetzt in Rom gesagt hat, den Nationaldirektoren von Missio, weltweit, von den Päpsel-Missionswerken, ist ja, dass man einladend, ich unterstreiche, einladend auf die Menschen zugeht, sie zur Gemeinschaft und sie zur Begegnung mit Gott zu führen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, nicht mit Gewalt, sondern einladend. Schau, wie geht es denn faktisch, was machen wir denn? Uns bitten die Salesianerinnen in Madagaskar, dort gibt es alle 300 Meter in der Hauptstadt an der Nanaribo, einen riesigen Müllhaufen, dort leben Familien drinnen. Sie bitten uns, dass wir ihnen helfen, die Schulen zu finanzieren, denn sie geben diesen Kindern aus dem Müll gratis Schulbildung. Also das machen wir und die Schulbildung dann, ich habe das gesehen mit den Salesianerinnen, wo die mit diesen Kindern, die sie aus dem Müll geholt haben, beten, ihnen zu essen geben und so weiter. Also wo Caritas zusammengeht, zugleich eben jetzt mit Glauben, das ist Mission der Kirche, ohne dass die indoktriniert werden, also keine Spur davon, sondern eben gelebte Nächstenliebe, die die Herzen für Jesus öffnet. Das ist heute Mission. Pater Karl, dann sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich aus Rom und um ein Gebet und uns aus Rom den Schlusssegen zu erteilen und das ist was Besonderes. Also ein kleines Urbi et Orbi jetzt. Ein kleines Urbi et Orbi. Genau. Beten wir einfach, dass Vaterunser, das sind alle wichtigen Bitten enthalten, vor allem, dass das Reich Gottes kommen möge. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Amen. Herr Karl, nochmal vielen Dank, dass du für die Stunde der Silsag in Rom dir Zeit genommen hast und für die Stunde der Silsag des Schwitzen in Kauf genommen hast. Noch eine schöne Zeit in Rom und Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Möchte, liebe Gott, Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürschweite Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt. Goten für die ganze Welt. Untertitelung des ZDF, 2020